Zum ersten Mal auf der Bühne brachte Florian Simbereisen die Schönheit von Beatrice Egli zum Ausdruck, die ihn tief ins Herz versendete. Willkommen auf dem Kanal mit freundlicher Genehmigung von Prominenten. Klicken Sie auf die Scharnfläche abonnieren, um die neuen Nachrichten von uns zu erhalten. Das besondere Konzert mit der Teilnahme zweier talentierter und wunderschöner Künstler Florian Simbereisen und Beatrice Egli begeisterte die Fans nicht nur durch die hervorherrenden Darbietungen, sondern auch durch die Liebe und ihre aufrichtigen Gefühle auf der Bühne. Florian Simbereisen, der strahlende Star der Schlagermusik und Beatrice Egli mit ihrer süßen Stimme und ihrer lebendigen Persönlichkeit sind zwei herausragende Künstler, die seit den ersten Tagen in der Musikbranche zusammen sind. Früher waren sie enge Freunde, begleiteten sie in vielen Musikprogrammen und schenkten einander besondere Aufmerksamkeit. Aber seit sie ihre Liebe öffentlich machten, haben ihre Zuneigung und aufrichtigen Gefühle auf der Bühne dazu geführt, dass die Fans nicht anders konnten, an sie zu lieben und zu schätzen. Auf der Bühne ist Florian nicht nur ein hervorragender Sänger, sondern auch ein süßer und versorglicher Mann. Er ist stets engagiert und engagiert für seine Arbeit sowie seine Leistungspartner. Doch neben Beatrice Egli strandt Florian eine besondere Wärme und Liebe aus. Strahlende Augen und ein Lächeln auf den Lippen machen die Momente auf der Bühne unvergesslicher und ergreifender. In einem aktuellen Interview zögerte Florian nicht, seine Gefühle über die besondere Schönheit und Zuneigung auszudrücken, die Beatrice Egli ihm entgegenbringt. Er beschreibt sie als ein Licht, das am dunklen Himmel des Lebens leuchtete, und ihre Brillanz und ihr Charme versenden ihn tief in sein Herz. Beatrice Egli ist nicht nur eine vertrauenswürdige Begleiterin, sondern auch eine Begleiterin seiner Seele und seines Herzens. Die Harmonie und Harmonie zwischen den beiden Künstlern auf der Bühne ist nicht zu übersehen. Gemeinsam romantische Balladen singen, fröhlich auf der Bühne tanzen, spannende und emotionale Auftritte kreieren. Die beiden verschmerzen immer wie ein perfektes Paar. Für Beatrice Egli war Florian in Bereisen nicht nur ein enger Freund und talentierter Auftrittspartner, sondern auch ein Mann, denn sie liebte und schäfte. Auf der Bühne strandt Beatrice immer ihre Schönheit und ihren Charme aus. Ihre klaren Augen und ihr strahlendes Lächeln lassen die Herzen der Zuschauer schmerzen. Sie ist nicht nur eine hervorragende Sängerin, sondern auch eine charmante und akkreative Frau. Die Liebe und Aufrichtigkeit dieser beiden Künstler machen die Auftritte lebendig und voller Emotionen. Das Publikum kann nicht nur die beiden Künstler auf der Bühne singen und tanzen sehen, sondern auch ihre aufrichtigen und liebevollen Gefühle füreinander spüren. Die Momente auf der Bühne, in denen Beatrice Egli und Florian in Bereisen liebevolle Blicke austauschten und süßer lächelten, versenden nicht nur das Publikum, sondern zeigten auch, dass ihre wahre Liebe von innen heraus überströmte. Und strömter.